Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Screencast-Video zu unserer Visumain-Verein-Webanwendung. Mein Name ist Jasmin, ich bin vom Produktmanagement und ich würde euch heute gerne eine neue Funktion vorstellen, mit der ihr eure Belege mit individuellen Datenfeldern und Informationen ergänzen könnt, um diese dann beispielsweise bei Auswertungen im Rahmen der Jahresübersicht eurer Vereinsfinanzen zu integrieren und zu analysieren. Wir starten dazu einmal im Belegebereich. Allgemein solltet ihr diese Funktion schon aus dem Mitglieder- und Kontaktbereich kennen, denn auch dort habt ihr die Möglichkeit, über individuelle Felder Informationen, die spezifisch auf euren Verein zugeschnitten sind, in die Profilansicht zu ergänzen. Das gleiche Prinzip wenden wir nun auch hier im Belegebereich an, denn jeder Verein ist in seiner Verwaltung sehr individuell und generell können wir zwar Belegfelder wie dem Empfänger oder den Betrag für alle Vereine gleich definieren, allerdings gibt es natürlich auch Informationen, die von Verein zu Verein abweichen und ebenfalls für die Finanzverwaltung von hoher Bedeutung sind. Dies könnt ihr dann ab sofort über die individuellen Felder abbilden, denn mit dieser Funktion ist es euch komplett freigestellt, welche Datenfelder ihr in den Belegübersichten integrieren möchtet. Die Anlage der Felder insgesamt ist sehr einfach gehalten. Ihr könnt eine unbegrenzte Anzahl an Feldern definieren. Dazu kann der Feldname natürlich vergeben werden und zusätzlich bestimmt werden, welche Art des Feldes ihr hier hinterlegen möchtet. So gibt es beispielsweise Textfelder, die frei gefüllt werden können. Ihr könnt aber auch die Einfach- oder Mehrfachauswahlwerte definieren für die Felder, in denen eben bestimmte Werte nur hinterlegt werden können oder aber auch ein Nummernfeld ergänzen mit einem Suffix und so weiter und so fort. Ich habe hier jetzt beispielsweise schon Felder integriert, um beispielsweise Kostenstellen zu definieren oder Abteilungen zuzuordnen. Die Felder sind dann später in den Belegen mit Werten zu befüllen und ich kann dann beispielsweise über den Filter Übersichtslisten erstellen, um eben eine Kostenaufteilung nach Kostenstelle oder nach Abteilung zu erstellen. Wir planen jetzt beispielsweise aktuell ein Frühstück im Team und dort werden dann einzelne Besorgungen über die Teammitglieder erfolgen. Um das dann gut in den Belegen hinterlegen zu können, würde ich jetzt beispielsweise ein neues Feld hinterlegen, das heißt jetzt einfach gezahlt über und würde das jetzt als freies Texteingabefeld anlegen und speichern. Hier ist es jetzt auch schon als Spalte direkt mit eingeblendet und jetzt kann ich beispielsweise eine Zahlung, die eigentlich initial an den REWE gegangen ist, ganz einfach nochmal mit der Information ergänzen, dass die initiale Zahlung dann doch von einem Kollegen getätigt wurde, um dann eben das Geld auch letzten Endes an diese Person dann überweisen zu können. Das Ziel der Funktion ist es natürlich, euch die Möglichkeit zu geben, die Finanzverwaltung so individuell wie möglich zu gestalten. Wir wissen, dass jeder Verein sehr eigene Vorgehensweisen hat, was die Verwaltung angeht und wir möchten dies mit solchen Funktionen unterstützen und auch fördern. Gerade im Bereich der Finanzen kann es zu einigen Abweichungen kommen von Verein zu Verein. Ich hoffe, ich konnte euch mit der neuen Funktion ein paar Möglichkeiten präsentieren und freue mich natürlich über jegliches Feedback und wünsche euch und euren Vereinsmitgliedern alles Gute. Wir hören uns.